Hallo, hier ist Naruto1986. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mit eingeschalten habt. Wir sind jetzt im 28. Part und machen jetzt weiter. Wir haben gerade Lucy besiegt, aber ja. Wie das so ist halt. Öffnen. Perfekt. So. Lässt sich gerade wahrscheinlich nicht. Hä? Die Kiste müsste auf der anderen Seite sein. Hm. Jawohl. Da muss man wahrscheinlich hier rüber. Oh Gott. Hä? Ah ja, hier ist sie. Super. Nimm mal hier gleich mal mit, wenn wir schon dabei sind. So. Mhm. Da, einmal nach oben. Mal hoch mit dir. Hm. Ja, jetzt. Äh. Mal gucken. Hm. Wo ist die nächste Hauptmisshund von der? Herrgott's Namen. Wo ist denn jetzt die nächste Hauptmisshund von der? Ich wie? Ein bisschen rausfahren auf der Karte. Genau. Hm. Ah, hier unten. Und das war jetzt... ...Lady mit Lampe. Okay, das war jetzt denn... ...das war jetzt alles. Dann kommt hier Lady mit Lampe. Das machen wir jetzt. Gibt's hier eine Schnellreise vielleicht? Hier, Schnellreise. Ja. Dann setzen wir Schnellreise ein und... ...Aufnahme. Hallo. Und hier bin ich wieder. Ich hab kurz ein bisschen... Also kurz gecuttet. Damit es reicht jetzt. Und jetzt... ...machen wir hier weiter. Mit dem hier. Und... ...Sprung. Jawohl. Gut. Oh, sind ja schon fast da. Das find ich genial. Dann einmal hier außen rum. Okay, ist winzig-witzig hier, was man da hört. Der sitzt aber erst recht nicht mehr so schlimm. Oh. Weil das... ...dann auch so oder so gleich damit. Weil wenn es noch lauter gewesen wäre damit... ...dann hat man ein richtiges Problem, Clara. So, bis auf diese vitzigen... ...was da so kleines, was man raushört aus dem vitzigen. ...ne schöne Überraschung. Hallo, Clara. Ich wollte in Lambeth nach dem Rechten sehen, weil die Anstalt schließt. Warum bist du hier? Die Kinder in meiner Obhut sind krank geworden. Unser Tonikum half nicht. Ich bin hier und... Bist du sicher, dass es dir gut geht? Aber... ...natürlich, Miss. Nee. Clara! Ist hier ein Doktor in der Nähe? Bringen Sie sie rein. So. Sie brach zusammen? Ja, sie sagte andere Namen Tonikum, aber es half nicht. Das denke ich mir. Seit dem Mord an Eljatsen wird der Stadtteil mit gefälschten Tonikum überschwemmt. Sie braucht Ruhe und Pflege. Aber ohne Medikation wird sich ihr Zustand schon bald verschlechtern. Das brauchen Sie. Ich brauche Vorräte. Und zwar viele. Und Medizin. Einige der raren Zutaten werden gestohlen und dann versteigert. Ich helfe Ihnen gern. Hier ist die Liste. Miss. Frey. Evie Frey. Florence Nightingale. Sehr erfreut. Und Tempo. Wir haben wenig Zeit. Ja, ich freue mich. Entschuldigung, damit müsst ihr jetzt halt ein bisschen rechnen. Und auch ein bisschen abrechnen, sodass das halt so ist, dass man ein bisschen was von dem Hintergeräusch ein bisschen hört. Ja, klar, ich kann ja nicht draus ran. Ich brauche nie. Ich kann nämlich noch nicht einschlagen. Ich will hier auf die Kutsche. Ich will die fahren jetzt. Darf ich? Danke. So, ist es recht. Ja. Hm, komm schon. Gibt's. Gutes Mädchen. Ja, davon geht's auf die Straße. Genau das, was ich wollte. So. Dann wären wir genug Zeit, Gott sei Dank. Aber trotzdem. Hallo. Wir geben ein bisschen Gas. Und verdrehen keine Zeit. Deswegen hast du ja auch eine Kutschfahrt ist so schön. Nein, ne, warte. Oder eine Seefahrt ist so... Eine Seefahrt ist lustig, eine Seefahrt ist schön, aber das kann ich auf die Kutschenfahrt gut be... So. Dann stecke ich jetzt mal hier schnell ab und... Komm. Ja, da drüben. So, hier einmal hoch. Hm. So. Ja, dann nehme ich mir gleich die Kutsche, was hier steht. Perfekt. So, ab geht die Post. So lang. So. Einfach mal ein bisschen Gas geben, dann haben wir's. Eih, hintenrum. Ganz ruhig. Ja. Ja, genau, hier lang. So. Mal gucken, wo wir jetzt da hin müssen. Äh, ist klar, ich muss hier rum. So, bin ich ja. War das langsamer? Ich geb dir gleich langsamer. Ich muss mich grad veräppeln hier. So. Dann ste... Oh. Evi, dann steh auf. Wir haben nicht viel Zeit, also steh auf jetzt. Dort hinten hin. Jawohl. Okay. Stirb endlich. Dann komm her. Komm her. Komm her. Auf. Jetzt. Stirb endlich und lass mit. Lass mit ihnen in Ruhe hinten, okay? Dann komm her, mein Freund. Komm. Ja, warte. Deine Selle, ich stelle, bist du der Nächste. Komm her. Komm. Auf, komm. Und. Tot. Echt. So, erstmal schnell hier die Truhe öffnen hier. So viel Zeit muss noch sein zum Plundern. Zum Plundern muss noch so viel Zeit sein. So. Die Zeit ist Gott sei Dank auch noch. So. So. Ah, vier Minuten haben wir wieder. Cool, ich hab noch vier Minuten dazu bekommen auf das Ganze hin. Och, jetzt lass den doch liegen. Meine Güte, lass den Penner liegen, ey. Was sollst du mit ihm hier reden jetzt? Ich kann Ihnen nicht genug danken. Danke. Diese Vorräte sind für Miss Nightingale. Ich will sie abholen. Hm. Sie wurden schon auf dem Wagen geladen. Bitte nehmen Sie sie. Hier. Oh, jetzt geht das los. Äh, ja. Das war ja klar. Hm. Jetzt geht das wieder. Hm. Klar. Jetzt geht das hier wieder los. Oh, Mann. Weg. Jetzt hau doch mal ab hier jetzt. Meine Güte, ey. Martin, ich hab dich gleich. Und da stetig die Dinge zu nehmen hier. Oh, jetzt nehm ich die. So. Ja, aber wir müssen erstmal hier drehen. Oh, hau ab mit deiner Dreckskutsche jetzt. Oh, Mann. Jetzt ab wieder zurück hier. Hm. Jetzt hier rein, weil das ist mir ja Gott sei Dank noch nicht so weit. Ja. Jetzt fahr halt rein hier. In Herrgotts Namen. So. So. Ja, gar nicht, du nimmst die einfach mal mit, weil wir haben kann ich so viel Zeit mehr hier. Perfekt. Geschafft. Sie sind zurück. Kein Moment zu früh. Haben Sie die nötigen Medikamente? Wie geht es dir? Sie wird wieder gesund. Haben Sie die Kinder? Dank Ihnen verteilen wir wieder echte Medizin. Aber ist das eine dauerhafte Lösung? Ich schlage vor, entsprechende Vorschriften zu erlassen. Lambas steht in ihrer Schuld. Es dauert lange, Dinge zu ändern. Aber ich werde nicht fortgehen, Miss Frye. Jawohl, geschafft. Bam. Genau, und derzeit... Unter einer Minute. Ha, das war einfach unter einer Minute. Und... So. Ich bin froh, dass ich das Ding jetzt endlich hinter mir habe. So. Weißt du? Weil jetzt kommt nämlich auch hier... Jacobs Attentatsziel. Endstation. Warte mal. Ein neuer Fähigkeitspunkt, warte mal. Hier drin muss es doch irgendwo noch... Was ist sein hier? Hier nicht? Hä? Ah, hier oben. Äh! Sag jetzt nicht... Sag jetzt nicht, dass wir hier wieder... Da sind wohl. Hm. Hm. Sag jetzt nicht, dass das jetzt... Hier ist... Wo wir diesen Doktor getötet haben. Das ist nicht euer Ernst gerade. Okay, neu. So. Anscheinend doch. Ja, komm. Dann lassen wir die Kisten jetzt. Dann lassen wir jetzt die Kisten, weil... Das... Lass ich jetzt mal. Dann lass mal auf die... Kill-Mission zurück. Und dann haben wir's. Ja, ich weiß, die ist da hinten, aber... Das Problem ist, wie die da hinkommen. Ach, haut doch mal ab jetzt. Ja, ist aber schön, dann haut ab. Dann dürft ihr mir halt... Dann dürft ihr mir halt hier nicht im Weg rumstehen. Haut ab einfach. Hm. Weg. Gibt's irgendwo hier einen Ausgang, verdammt? Och, komm. Ich hasse dieses Haus wirklich, weil das so groß ist. Jawohl, bin draußen, endlich. Wieder. Geh' mal kurz hier nach oben. Ja. Die Dreckskisten sind jetzt schon wieder hier. So, dann immer hier nach oben. So. 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 Runter. Jawohl. Das ist die Facktkiste, die ist da drin irgendwo. Ah. Okay. Hier. Perfekt, dann haben wir die jetzt. So. Und seit der Kisten hier hinterher jagen. So. Doch, doch, das ist diese Ding, wo ich mir Jacob aufgeräumt habe. Aber kein Wunder. Ah, dann kommen wir jetzt gleich zum 30. Part. Warte mal, wie viel haben wir jetzt? 28. Ah, dann haben wir gleich den 29. Part. Cool. Und dann haben wir das auch gleich. Und auch erst weg. Die zwei nehme ich mir auch noch vor, hier. So, komm mal her. Komm her, Freundin. Boah, ist meine Waffe ziehen, Alter. Kannst du es vergessen. Oh Mann, geht doch einfach auf jetzt. Da kommt man her. Ja. So. Jawohl. Mann, ich hab doch gedrückt, Alter. Leute, wirklich, kommt. Das ist halt solche Pissköpfe, wirklich. Gut, dann beende ich jetzt hier den Part. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Naruto1986. Schreibt bitte in die Kommentare. Gebt einen Daumen hoch. Abonniert bitte meinen Kanal. Das wäre nämlich nett. Herzlichen Dank. Ciao.